Was ist deine Position? Die 7 rennt und rennt und rennt, der hat Jaffbraus gefressen Die wahnsinnig, woran die lang? Motorbräufe steht lauter Wird irgendein Auto sein, was patrouilliert zwischen Tempest und irgendwo anders Wahrscheinlich Mike, Flugstation Ist jetzt immer noch im Osten, das Geräusch Was schießt der schon wieder? Okay, er hat irgendwas entdeckt Infanterie, irgendwie 100 Meter oder so, 50 Meter Oh ja Da hinten am Turm Direkt vor uns war auch irgendwo was Wie viel ist denn das, wie weit ist das bis dahin? 200 Meter 1 klick, bearing 1, 3, 5 Scheiße, ich bin getroffen Ich bin zu weit, dann zieh dich zurück Ja, ich... Scheiße, schon wieder Dann zieh dich zurück, bevor du umfällst Ja, ich werde doch gerade Ich muss mich erstmal verarzt Ich soll den Platz erstmal mit Granaten ein Oh, 7 ist hin Ne, nicht verarzt, wenn du in der Schusslinie stehst Du, Quatsch Granaten frei Hey Ja Ich brauche Hilfe hier Ich brauche Hilfe Du warst eben wieder weg Du warst eben wieder weg Exakt War doch noch Infanterie im Nahbereich irgendwo Ja, ja, linke Seite war noch was aber Warst du das? Ne, direkt vor uns Bist du tot? Nein, ich bin noch da Ja Jetzt im Neu Osten Meer Osten Bleib stehen Bleib stehen Du kippst dann sofort um beim Treffer Ich schicke erstmal den Sandy zu dir Ich leg mich erstmal hin Mach das Wow, 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 wow Ja eben drum Unten das ganze Dorf ist voll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ach da 6 kommt nicht 6 kommt nicht Kannst du 6 nochmal ein Befehl geben, wenn du... Ah, ist grad schlecht, ja Na, warte Der ist doch schon unterwegs zu dir Ach da ist er Alles klar Alles klar Ich bin wieder frisch Ich seh ich nicht von wo Das meine ich mit diesem beschissenen Blattwerk Die können da echt durchgucken Ach da Auf dem Bunker ist noch was Ach da Ich bin wieder frisch Ich bin wieder frisch Ich bin wieder frisch Was? Direkt an der Einfriedung? Ich hab zwei Mann Ach der ist tot, der hängt nur so halb in der Luft auch, auch lustig Okay, das sieht gut aus Ich geh mal ein Stückchen weiter nach vorne und guck mal ob ich das sehe Ich sprinte erstmal zum nächsten Felsen Ja, ich auch Da hängt nämlich einer so halb, siehst du das? So ein Leichnam, der sitzt da quasi aufrecht Westlicher Eingang von der Einfriedung Area clear, ne? Ja Pinter ist noch gut Oh Der ist noch klein Ne, mein Gott, aber auf wen schießen die jetzt? Hinter uns, hinter uns, verdammt Oben auf dem Hügel Beschissene Position hier Haben sie noch? Ja Ja, sieht so aus Ja Ach, das war einer von denen, der ist da hoch gerannt Wir wollten uns flankieren, der Sack Nicht dumm, nicht dumm Warum ist die jenerische KI eigentlich zu sowas in der Lage und unsere Schaffens nicht mal die Tür zu sehen? Ja, das ist die Arma KI Ja Das ist die Arma KI Manchmal hat sie echt felle taktische Momente Aber Sie kann ums Verrecken nicht Auto fahren Ja Okay Oh, der Sprengmeister, der hat glaube ich Ach, ne, acht, muss die fressen Ja Da wird bestimmt noch was im Camp sein Ja Ja Was interessantes bei Um die L, ne? Gut, erstmal das Lagerräumen hier Ja Gehen wir in diesen großen Bunker hier Ja Ja Ich wirst Ein Kilometer Das ist mit der APG nicht so einfach, auf so entfernten Ziele zu platzen Das ist mit der APG nicht so einfach, auf so entfernten Ziele zu platzen So Das ist mit der APG nicht so einfach, auf so entfernten Ziele zu platzen Und dann noch irgendwas dabei, hier, Punktgerät, Grenadier keiner von den typen hat es dabei ist so lächerlich ich weiß nicht was haben könnte unser zweiter team leader egal ich werde die alle leichen durchsucht hier bist du drinnen der große bunker den habe ich schon gesichert das nichts mehr der erste bunker ist auch schon gesichert zweite gesichert und den dritten war jetzt mal schnell sicherung das war ich und ich habe mich verletzt dabei granatensplitter gehen offensichtlich durch durch metall was enemy feier 6 ich hole mir die beiden leichen hier mal ein hau doch mal ab vielleicht ist hier was brauchbares in dem turm drin wenn ich die kollisionsanfrage hier hochlässt was ist in mir schütze gewesen ich habe einen grenadier müsste ich finden damit ich wieder gewehrgranaten kriege wie viel allermut 1 1 habe ich 1 1 jetzt habe ich eine rakete mehr hier lag noch eine und das war bitte ich schätze da so ich habe eine Flugabwehr-Rakete dabei und vier Panzerabwehrraketen, ne drei Panzerabwehr-Raketen und eine Flugabwehr-Rakete habe ich dabei EFRED-GMG das ist der der einen Kilometer Richtung Osten ist auf der Straße ok, na wir wollen ja Richtung Norden wir müssen aufpassen, dass er uns nicht in den Rücken fällt hier hätte auch gesagt, wir gehen ins Richtung Norden weiter naja wir müssen hier zum Flugplatz jetzt noch umzuschwenken naja gut, ist nicht unmöglich, aber das wäre jetzt blöd, weil da haben wir die dreifache Strecke her so, also ich habe in dem Camp nichts mehr von Wert gefunden ja, was ist mit 3 und 9, die können nicht die sind zu doof, armer KI kannst du die ein Stück nach links hoch in den Hang schicken dann von da runter ziehen ich habe, ne, die nehmen kein Belegungsprofil an hab schon versucht in jede Richtung ja super das ist ja so ein Haufen hast du Klamotten getauscht? ich? ja, hier liegt eine Schutzweste bin ich nackig? nein habe ich andere Klamotten? hier kann er hat kann er hat wenn er vertragen wird das ist doch NATO Truppentragegurt unser Automatikschützer hat nur ein T-Shirt an warum? der Typ, der schießt doch echt ein Vogel ab ja Kampffanzug Tragegurt Angriffspack habe ich muss der passen, ne? unglaublich, ey ja na schön dann wollen wir weiter gehen hm ich sehe gerade, ich hätte ein GPS-System mitnehmen können hab ich gar keinen na egal das brauchen wir nicht unbedingt wir orientieren uns ja so ganz gut schon wieder ein Heli in der Luft Heli hier? ja 34 Orca soll ich ne abschießen? wenn er fliegt, ist es schwierig, ne? na, ich hab nur eine Fluffer-Rakete die funktioniert nicht ach so, wie wächst nicht die eigentlich? äh, wenn du die Panzerfaust gerade als Waffe hast in der Hand hast dann mit dem Mausradmenü da wechselst du Manitionstypen ah, ja genau aber die Flugabwehr funktioniert nicht ok nicht aufschalten ich habe auch mal versucht, ob die so blind funktioniert, also dass sie sich ihr Ziel selber sucht aber geht auch nicht ich weiß nicht, warum die nicht funktioniert ok na gut ich hab's noch mitgenommen wo oh nee, nee nichts! 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 ist ja fast ein bisschen hübscher der Küstenabschnitte oh wir kommen jetzt in die nisi bucht dann müssten wir den guckplatz schon auf sicht haben ein bisschen wenn wir hier den hügel hoch gehen dann müssen wir sehen